Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir und zwar dieses Mal wieder aus dem LS19 auf einem neuen Projekt und zwar auf der Südhämmern. Einen wunderschönen Mittag wünsche euch. Ja, ihr bestimmt auf Instagram me verfolgt's. Wenn ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr mir gerne folgen dort. Link dazu ist in der Infobox. Und ja, dort habe ich eine Umfrage gemacht, ob ich zweimal in der Woche ein Video bringe. Also Mittwoch und Freitag 12 Uhr. Und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich eben zwei Projekte. Eins auf der Nordfrischen Marsch, eins auf der Südhämmern und dann tue ich einmal abwechseln. Vielleicht kommt dann einmal Raft oder was anderes wieder. Ja, aber derweil habe ich jetzt mir die Map ausgesucht und da sehen wir eben schon wieder, da ist schon wieder Unkrautraum. Eben einmal anfangen. Das würde ich sagen, gehen wir los. Dann nehmen wir da den Johnny. Vorher habe ich mir eben den Hof gekauft. Da ist eben das Zeitgäste alles dabei. Und ja. Hof, wir haben jetzt da auch. Laut. Oder nicht? Da müssen wir eben uns kaufen gehen. Äh. Eben kurz schnell schauen. Da. Ich habe eben den Gebraucht-Mod von Mod Hub drin. Ich sage mal, haben wir ab vom Händler. Gehen wir mal schauen, wo der ist. Ob er der werte Gleitung irgendwo ist. Ah, der ist ja gleich oben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eben auf der Map ab. Ruhig. Und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung unter dem letzten Nordrhein-Marsch-Video. So. So. Don. Räder. So, dann düsen wir eben als Händler. Da eben. Da Lenkung los hätte. Wenn man das erschrocken kann, kann man damit mir das Unkraut wegkommen. Da vorne sind drei Likotter. Richtig. Da kann man nur pflanzen. Dann lassen wir das einmal voll machen. Und noch alles. So, den Container kann man dann später noch einmal machen. Aber jetzt fahren wir erst einmal aufs Feld. Und wo aufs Neunerfeld hat es sein Kartoffeln drauf. Und dann habe ich mir gedacht, fangen wir doch direkt mit ein paar Schweinen. Und da bald er dort die Händler des Unkraut wegmacht. Würde ich sagen, holen wir uns die Transporte und holen wir uns auf bald rein. Ei, ei, ei. Ja, machen wir da bald die. Darum ihm. So ist es da anfangen, Herr Kollege. So, ich hoffe, der macht uns so, wie es geht. Er braucht jetzt 12 Minuten. Weil, würde ich sagen, holen wir uns. Tiertransporter, außer wir haben einen schon. Aber das wird sich einmal nicht. Ah, ich kann, es ist mal. Okay. So. Das ist mal. Vermöse, um. Oh, man, es. Eh. So, holen wir uns 20 Schweine, das tun wir bestätigen, minus 30.000, das passt. Ja, würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Dingens. Ich habe ihn drucken, okay. okay hotdust oh oh Schaut nicht. Schaut ihn gar nicht nehmen. Er hat einmal kurz, er ist gleich fertig. Schaut gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich sagen holen wir und noch Assan. Was die müssen wir reparieren, oder? Was? 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 Das wird sein. Okay. Jetzt geht's auch so. Wow. Wow. Sehr gekraft durch Fahrzeug und dann ab. So, dann würde ich sagen. Au. Au. Das kurz klingt. Ja. Aber jetzt dann geht's wieder. Jetzt zum Hof. Jetzt bauen wir nur an. Wasser dringend. Wasser kommt. Ah, wieder. Ja. Das ist schon mal nicht. Aber jetzt. Hier. Ich habe auch wieder aufgerufen. Und jetzt. Ich habe wieder das neue Küche. Wenn man das ist, dann wird das neue Küche. Ich kann das nicht. Wie? Ich habe die neue Küche. Ah ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir da raus herkriegen. Ob er neu hat, wie es weitergeht, das sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, gau!